So, Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum nächsten Part von Let's Play Battlefield Bad Company 2. Und mein intelligentes Gehirn sagt mir gerade, dass ich nicht geguckt habe, wie viel Speicherplatz ich noch habe. Ja, es ist natürlich geil. Heute ohne Facecam, nach glaube ich 11 Tagen oder 12 Tagen geht es weiter mit Let's Play Battlefield Bad Company 2. Weil ich war erfolgreich im Urlaub und ja, ich hoffe die Parts davor haben euch gefallen. Ich mache jetzt einfach mal weiter, beziehungsweise wir gehen erstmal durch das Feuer durch, denn hier ist ja übel kalt. Und wir wärmen uns erstmal jetzt ein bisschen. Ne, wir müssen natürlich hier weiter. Oh, Zwischensequenz. Was ist los? Hol die Blackbox. Datenserver. Hör mal, ich bin nicht die menschliche Fackel. Ich packe das Ding nicht an. Das hat locker 2000 Grad. Bis du da bist, ist es abgekühlt. Also... Das heißt wohl, wir haben... Feinde von links, haltet sie auf! Ja, ich hab's gehört. Kerle! Kerle, gang ahne, Kerle. Okay, äh, bisschen geballert würde ich sagen. Äh, die Offline-Session wird auch nicht so lang heute. Äh, weil ich das sag. Ne, ist halt einfach so, wird nicht so lang. Nicht mehr, nicht mehr. So, wir gehen mal hier rein, würde ich sagen, oder? Und erledigt die Bashtale, bevor sie ihn treffen. Oh. Hehe. Da sind wohl welche von der Seite gekommen. Ich weiß gar nicht, äh, wo die Gegner sich nicht verteilen. Oh, guck mal, da ist einer. Wir gehen mal hier rüber jetzt kurz. Und checken hier mal die Situation. Was ist mit dem Satelliten? Ah, guck mal, da oben ist einer. Der will auf die Fresse. So. Haben wir den weggehauen? Gibt es hier noch einer? Na, guck mal. Du willst auf die Fresse haben. La, 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 la. Just a bit. Auf die Seite gehen. Was, ich bin tot? Weil es kann ja mal gar nicht sein. Das ist eine Lüge. Das ist eine Lüge, hier, ne? Ne, mal wirklich jetzt. Das ist wirklich eine Lüge. Also, ich. Deine Mutter kommt auch von links. Ich muss mal eine Granate werfen. Hier, auf Prestige. Hallo? Ist ja keiner draufgegangen von der Granate, oder was? So eine Hure. Jetzt, Alter, geht doch auf die Seite, ey. Ohne Spaß. Alter, diese Steuerung, ne? Ich hab ja schon mal weh, dass die mir ein bisschen, äh, auf den Hoden tritt, die Steuerung. So. Erstmal nachladen. Halten wir wieder hier runter. Komm, du bist down. Komm, du hast Kollegen von dir. Sieht nicht so aus. Lol. Äh, das ist nicht gut. Aber erst down, daher ist das ganz okay. So, da unten kommen noch welche. Du bist erst mal down, du bist down. Ich bin gleich down. Uh, la, 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 la. Wo ist es auch noch einer? Wo denn? Schau mal hier. So. Der ist weg. Komm, noch welche? Noch mehr Männer von rechts, kommt hier her. Hast man recht? Das ist natürlich nicht so geil. Von allen Seiten ist sie angegriffen, ey. Mann, 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 Mann. So. Kollegahs. So, du bist weg. Wahrscheinlich gehen die... Lalalalalala. Wahrscheinlich sehen die gleich wieder Alter. Von wo denn? Da hinten ist einer. Da ist einer. Ich geh jetzt mal hier rüber. Ich weiß gar nicht, wo die Leute sind, wenn ich ehrlich bin. Da oben ist einer. Ich hab's gesehen. Und doppelt gehört. So, du bist down. Wenn wir das Ding verlieren, sind wir geliefert. Nee, verlieren wir nicht so geil. Wo sind denn die Panzerfäuste? Die Panzerfüste. Du bist down. Hier ist doch gar keine Panzerfäuste mehr, oder? Der hier will noch auf die Presse. Das ist aber einer hier. Leute, ums aufhören. Lalalalalalala. Weiß dich zusammen und such dir eine Panzerfaust. Wo? Wo? Ja. Scheiße. Alter, erst mal voll unten durchgeschossen. Alter, 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 alter. So, jetzt komm schon. Nein, ich hab mich getroffen. Nein. Komm schon. Und? Alter, wollt ihr mich verarschen? Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ich will das nicht nochmal machen. Ich will das nicht nochmal machen. Komm schon. Der muss jetzt treffen. Ja. Nee, ich muss nochmal auf den draufhauen. Nee, oder? Nicht im Ernst jetzt. Scheiße. Scheiße. Scheiße, 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 scheiße. Komm schon. Nein, nicht nochmal. Wir haben mich nochmal getroffen. Oder? Nein. Nein. Scheiße. Nee, oder? Boah, jetzt nochmal das komplette. Hier, komm, fickt euch. Aber wer ist das denn jetzt? Scheiße. Fuck. Noll, noch eine Granate. Fickt euch mit euren Granaten. Nur ich darf Granaten werfen. Boah, das ist doch jetzt kacke gewesen. Mal ohne Spaß. Was soll das denn? Alter, von wo kommen die denn eigentlich alle? Vor allem von wo? Na, deine Mutter. Aber du bist erstmal weg. Hier sind noch ein Kollege von dir. So. So. Munition holen. Leute, die werfen so viele Granaten, ey. Immer wenn ich einfach draufgehe, weil ich eine Granate... Wie viele Granaten haben die eigentlich? Wie viele Granaten haben die eigentlich, Alter? Fist dich. Du Nutte. Wo ist denn jetzt noch ein Kerl? Hier ist noch einer. Aber jetzt kommen die von rechts, oder? Oder warst du das? Rechts, kommt hier her. Boah, ne, ohne Witz jetzt. Das ist echt hart. Also, ja gut, das ist mein, das ging. Aber das mit dem, mit dem Ding war jetzt gerade echt übertrieben, ey. Mit dem, äh, mit dem Helikopter noch. Erstmal, erstmal runtergehen. Ja, 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 perfekt. Perfekt gezielt, gut getroffen. Was ist los, Kerle, hä? Oh, komm, du willst auf die Fresse. Da ist die Panzerfaust. Panzerfaust auf dem Dach. Alter, noch einer. Alter, Verwalter. So, du gehst erstmal drauf jetzt, komm. Also, ich will Granaten, die auch werfen. Kann ich auch noch eine Granate werfen. Ja, erstmal dahin noch eine. Und dahin noch eine. Aber das trifft irgendwie eh niemanden. Immer wenn ich eine Granate werbe, dann trifft es halt einfach niemanden. Ich bin einfach voll normal bei meinen Granaten. Treffen halt einfach niemanden. Aber okay. Alter, weißt du, die stehen ja alle davor. Warum fickt du die nicht weg? So, komm schon. Komm schon. Und so, ungefähr. Eintreffer Bitches, Alter. Ohne Wiss, das müssen wir jetzt gewinnen. Okay, ich dachte, den habe ich jetzt noch getroffen. So, komm schon. Wir haben ihn wieder getroffen. Ja, Mann. Wir haben ihn verloren. Okay, der Handy ist down. Ich glaube, ich muss mich setzen. Glaube, wir sind sicher. Bis er auf das Schlechtwetter aufzieht. Bringen wir es hinter uns. Okay. Alter, Verwalter. Das war jetzt echt ein bisschen schwicky. Epische Musik im Hintergrund, auf jeden Fall. Das Wetter schlägt um. Wir zwei sichern die Blackbox. Wir versuchen, ein Fahrzeug zu organisieren. Okay. Kein Problem für unsere Wenigkeit. Ja, schießen wir jetzt nicht so gut, ne? Wir sind das nicht so gut, ne? Ich weiß nicht, was ich nicht so gut. Danke, dass du hier in der neigen Zeit verändern. Und wir brauchen das Ganze. Chorst, wie wir brauchen das einfach. Ja, ich weiß nicht, wir brauchen das aber auch. Nein, ich weiß nicht, was. Ich weiß nicht, wir brauchen das auch nicht mehr. Ich weiß nicht, wir brauchen wir uns. Oh, Kerle. Na gut, steige auf den Berg. Okay, ganz kurz bevor wir weitermachen, hier wieder die normalen Waffen auswählen. Also ich bin am überlegen, ob ich vielleicht, hm, kann ich mal die hier nehmen? Flynn antwortet nicht. Wenn du mich hören kannst, du musst schleunigst in Deckung. Wir nehmen am besten einfach mal hier. Oder wir nehmen mal ein MG. Was ist das jetzt? Das ist ein Sniper. Sieht so aus. Wollen wir mal ein MG nehmen? Komm, wir nehmen mal ein MG, würde ich sagen. Warum denn nicht? Das war ein Feind. Scheiße. Scheiße. So, hier ist erstmal Feuer. So. Ich bin erstmal kalt gemacht hier. Okay, da läuft gerade irgendwie niemand mehr. Wir gehen mal hier weiter. Was kann ich denn messern? Aber mit der mittleren Maustaste kann ich messern, stimmt. Stimmt, da war's. Ist nämlich bei, ist nämlich bei den Battlefield-Teilen anders, also bei Battlefield 3. Okay. Ich muss mal echt, ich darf mir echt, also wahrscheinlich wird's passieren irgendwann. Aber ich muss mich mal angewöhnen, echt nicht nachzuladen, immer. Sofort. Das ist nämlich voll der Fehler. Ich lad nämlich echt, also... Wow! Alter. Ich lad nämlich immer übel schnell nach. Gleich. Und das ist nämlich voll der Fehler teilweise bei mir. Deswegen, ich teilweise voll oft draufgehe. Weil, also halt gerade bei einem MG, wenn du da halt nachlässt, dauert ja dementsprechend seine Zeit. Und, ähm, bei irgendwelchen Sturmgeberwaffen, da geht es ja viel schneller, dann lade ich eigentlich immer noch nach, nach irgendeinem Gefecht. Und so, ne? Ähm, ja. Das ist halt immer so ein bisschen das Problem, deswegen. Irgendwann wird das mein Tod sein, wenn ich irgendwann einfach mal nachlade. Jetzt ungefähr bei 149 Schuss. Wir werden jetzt hier reingehen. Lass mal hier rein. Ist hier noch einer? Ne. Okay, speichert. Wir können ja mal nachladen, komm. So, einfach nur, weil wir es können. Guck mal, hier gibt es lecker Dosenessen. Kaffee steht da, glaube ich. So, mal erstmal gucken hier, spültechnisch alles im... Was sind das jetzt? Das ist der Abfluss? Das ist, glaube ich, der Abfluss. Hier ein schöner Heizkörper. Du chillst hier noch ein bisschen, ist okay. Weiter, oder? Keine Ahnung, ob du das hörst, Margo, aber wenn du überleben willst, such dir das am Setkel. Mach ein Feuer. Ja, Feuer gemacht. Kein Problem für mich. Es ist, scheint es ziemlich kalt zu sein hier. Ähm, so ein bisschen halt, ne? Ich weiß jetzt nicht, ob du jetzt schon... Oh, doch, ich habe schon wieder nachgeladen. Das meine ich, das ist übel der Fehler, einfach so nachzuladen, bei irgendwie noch 169 Schuss. Naja. So, ich würde sagen, wir rushen das mal kurz darunter. Ähm. Ich fühle mich jetzt hier, ob da jetzt jemand drin ist. Wenn jemand drin ist, kriegt das gleich auf die Fresse. Ich will die Waffe hier eigentlich gar nicht. Ich behalte mein MG, glaube ich. Wir suchen immer noch nach den Amerikanern. Seid wachsam. Verdammt. Hm. Okay. Kann ich von hier oben schon jemanden ausschalten?